Yo Leute, was geht ab? Ich bin's Helm wieder auf meinem Kanal. Und zwar Leute, in diesem Video wollte ich euch zeigen, wie ihr ganz kostenlos den Rücken-Auswar-Allianz-Kriegssiegel bekommen könnt. Und 300 V-Bucks, das Ganze komplett kostenlos. Und da würde ich sagen, switchen wir direkt zur Epic Store. Ja Leute, den Link zum Epic Game Store werde ich euch unten in der Videobeschreibung reinpacken. So, ihr seid hier angekommen, scrollt ein bisschen nach unten und seht hier, The Elder Scrolls, das Spiel. Ihr drückt einfach mal drauf, so, und ihr kauft euch das mal ganz kurz. Ja, das Spiel kostet 19,99 Euro, gerade momentan gratis. Kauft euch das, spielt ein bisschen, oder wenn ihr das Spiel nicht spielen wollt, dann ist es auch kein Problem. Denn ihr kauft es einfach, dann geht ihr zu Fortnite, also startet Fortnite neu. Dann erhaltet ihr hier auch, wie ihr schon sehen könnt, den Rücken-Auswar-Allianz-Kriegssiegel und 300 V-Bucks, komplett kostenlos. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gehofft und gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst Glock, die, falls ihr kein Video mehr verpasst. Dann müsst ihr euch sagen, war schon mit dem Video und ciao, haut rein, bis nächstes Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.